Ok Leute, heute gucken wir uns ein Video an von der lieben Reefd und zwar ist das Video ein Stadt-Land-Chaos-Video zusammen mit Hugo und mir. Deswegen gucken wir das Ganze mal zusammen an und gucken mal wie wir da geantwortet haben und schauen mal wie witzig das Video geworden ist. Let's go! Was geht ab? Heißt, willkommen zu einem neuen Video Stadt-Land-Floß. Heute mit zwei wunderbaren Gästen und zwar Maxify. Hallo und Hugo. Hallo. Stadt-Land-Floß-Legende auch übrigens. Ahhhh. Holmische Hauptstadt. Ja, das ist die Hauptstadt. Holmische Hauptstadt. Nein! Doch! Nein! Nein, nein. Was? Wer von uns beiden Erster wird? Ne, wer vorne ist. Wer vorne ist? Ist das doch Erster oder nicht? Wer Zweiter wird? Wieso werde ich ja nicht Erster? Ich erfüll die komische Kategorien. Weil du smart willst und wie dumm sind. Hehehehe. Mehr wechseln. 50? 50 Euro hab ich nicht. 50 Euro. Ich hab 10 Euro. Ok, wer glaubt ihr wird Zweiter? Arme Mann, du bist reiche Mann. Ich hab nur 10 Euro. Du bist reiche Mann. NetVlog mit Handy. Ey, komm! Ey, das scheiße. Ey, das scheiße. Ok, wir machen natürlich keinen normalen Stadtanfluss, sondern eine komplette Skaft-Runde mal wieder. Ich geb euch die Kategorien durch. Die Jungs haben die auch noch nicht gehört. Schmeiß noch nicht alle. Also, Klassiker, weil Hugo auch dabei ist, muss. Erste Kategorie, Hauptstadt. Ich wusste, dass das dann kommt. Hast du die gelernt? Ne, du hast es vorhin gesagt. Letztes Mal statt an Fluss mit Hugo hat Hugo als Hauptstadt Abraham gesagt. Ich komm immer noch nicht hin. Hehehehe. Ist Ankara überhaupt die Hauptstadt? Ja. Abraham auch? Nein, oder was ist das? Was ist das? Ok, Kategorie 2 ist Trennungsgrund. Mhm. Ich kenn das nur mit Handy. Ich hab Team ungesund geschrieben. Hast du wirklich? Warum? Ich weiß es nicht. Kannst du einmal das Bild bitte drehen? Team ungesund? Was ist das? Kategorie 3 ist Finde ich sexy. Mhm. Richtig geschrieben. Kategorie 4 ist Hasst jeder. Wir wissen alle, was wir bei R reinschreiben, oder? Ja. Sehr gut. Bei R? Ja. Was für R? Ah, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Alles gut. Hat gedauert. Wir machen bei 3 was wir haben und dann dürfen wir es nicht nehmen, wenn es bei R kommt. 1, 2, 3. Rewi. Ja, ok. Alright. Krassige Situation. Man kennt auch Reef 9. Krassige Situation ist Geschlechtsverkehr synonym. Weißt du was ein Synonym ist? Boah. Ich dachte ich mache hier Video mit auf einmal Deutschunterricht. Also ein anderes Wort für Geschlechtsverkehr. Genau. Nageln. Ja. Ja. Wir nehmen auch alle Verben. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Es ist, ich kann sowas gar nicht gut, ne? Stopp. A. Stopp. B. Was war nochmal das zweite? Drehungsgrund. Stopp. Scheiße. Das Ding ist, ich dachte, dass man anders spielt. Ok. Ich dachte man versucht witzige Antworten zu machen, aber es ging halt einfach nur um Geschwindigkeit. Was? Ich hab zwei Sachen nur. Was? Wie viel hast du? Ich hab alle außer Geschichtsverkehr. Also. Hauptstadt? Berlin. 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 Ich wusste das hier Berlin nennen. Ich bin so ein Mann. Start. Damn. Du kriegst 10. Wir kriegen beide nur 5. Man muss einfach nur schnell. Ok. Ich hab versucht. Cool. Ja, ok. Du hast recht. Das ist der bessere Weg. Ich wollte es auch witzig so ein bisschen. Ich rush dieses Mal nicht so krass. Ich schwöre. Voll tryhard hier. Die gehen halt um alles, Alter. Ja. Aus Grund hab ich einfach Brüste geplatzt. Ich hab Bitch. Ich hab geschrieben, Brüste sind größer als die von Hugo. Das ist ein Trennungsgrund. Ja. Deine Brüste sind größer als meine. Schreib doch deine. Ja, aber ich find dich witziger. Ausrichtiger. Klinge alle 10. Find dich sexy? Hab ich Brüste. Hab ich Bitch. Bist du sexy? Bitch halt. Ey, Klassiker. Kennt man. Was hast du Mexi? Ah, du hast nichts. Bruder, ich hab nichts, Mann. Ich wusste nicht, dass wir auf Speed gehen. Das hat doch keiner gesagt. Du hast die Regeln verstanden. Ja, hab ich nie gespielt. Oh Mann. Scheiße. Hast jeder? Oh Mann. Bewölktes Wetter. Bewölkt? Bewölktes Wetter. Ich hab ein Bitch. Hey, es ist immer Bitch. Aber du hast doch gesagt, finde ich sexy. Finde ich sexy, ne Bitch. Die ist ja, die sieht ja gut aus. Geht ja nur hoch aussehen. Trägungsgrund, sie ist ne Bitch. Hast jeder, ne Bitch. Okay. Ich hab GV-Synonym einfach Bumsen. Ja. Ja. Dann kriegt er ja 20, weil keiner von euch was hat. Echt, jetzt ist das so? Ja. Nein, das ist gar nicht. Das ist kacke. Das muss ich. Gut, das Ding ist, man hätte auch die Regeln mal ganz kurz mal erklären können. Wir werden einfach reingeschmissen in das Ganze. Ja, das weiß ich. Ja. Er hat viermal Bitch, dafür muss er Minuspunkte bekommen. Ja. Ja. Dann mach ich jetzt A und du sagst Stopp. Okay. A. Stopp. H. H wie Hu. Halt mal nehmen können, ne? Jetzt mach ich einzelne Wörter. Ich wollte ein Gesetze machen. Scheiße. Ist das Hauptstadt? Joa. Ich hab halt diesmal nur eine Sache. Was? Ich hab vier, aber ich hab auch einzelne Wörter jetzt genommen. Weil wir zwei hatten. Aber ich glaub ich hab, das war glaub ich die Runde, wo ich komplett nen Bug im Kopf hatte. Ich hab richtig verkackt. Hauptstadt hab nix. Ich auch nicht. Holland. Nein. Ich hätte trinken können. Ey, bei mir wärs durchgegangen. Ich höre. Holland. Tennis? Das Erste was ich im Kopf hatte war irgendwie Hamburg. Und dann war ich so warte mal ganz kurz. Das geht ja gar nicht. EIN! War nur ne Frage. Trennungsgrund. Hässliche Füße, aber das passt nicht. Bei F musst du etwas sagen. Füße hässlich. Ne, wir sind bei, wir haben Haar. Hässlich. Ich dachte, warum auch immer dachte ich, dass ich dann, dass wir, dass wir F haben. Ich war so, ich war so, hä, warum, was, hä? Füße. Ich weiß nicht, warum ich jetzt über F habe. Oh nein, was ist die Falle mit F? Oh das hab ich auch, das hab ich auch mal gehabt. Oh nein. Das ist einfach ein Bug im Kopf gewesen. Weil ich hässliche Füße geschrieben habe, dachte ich die ganze Zeit, dass wir bei F sind. Aber hässliche Füße ist ein Trennungsgrund. Und ich hätte halt mit hässlich und so alles gehen können. Und mit Hugo oder sonst was. Aber ich hatte halt irgendwie F im Kopf. Das ist voll scheiße gewesen. Der Boden ist so groß. Okay. Ich hab einfach ein Bug. Finde ich sexy Füße. Ich hab mit F weitergemacht. Ich hab nichts. Bist du? Ich hab Hugo. Okay. Ja, okay. Ist gut. Jetzt kriegt der Mann 20 Punkte, weil wir alle nichts... Ja, ich hätte... Guck mal, ich hab nicht aufgepasst. Und guck mal, finde ich sexy. Kann man Hugo nehmen. Kann man... Kann auch nehmen. Ist ja auch egal. Man kann... Ist hässlich. Find... Hast jeder... Hure und Söhne oder sonst... Es gibt so viel. Aha, 20. Aber ich kann nur nicht... Okay, hast jeder, hast du. Ich hab nichts. Ich hab es. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Es gibt ja schon wieder 20. Okay, GV Synonym. Was hast du? Ist das halt ein Bug gewesen? Ich hab *** geschrieben. Immer noch bei F gewesen. Ich hab Heureka-Tastisch ***. Oh mein Gott. Jamal, ist hart. Ist hart, ja. Ist hart, ja. Wieso hab ich das eigentlich ausgesprochen? Ja. Wie immer die Wunde hat Hugo? 37, 50, 60. Scheiße. Alles gut, ich hab 25. Ich komm noch. Jaja, klar. A. Ich komm noch, aber im anderen Sinne. Stopp. J. Ich bin eigentlich fertig, aber keine Ahnung, ob das letzte Zehntag ist mir egal. Ich sag Stopp. Hauptstadt. Jerusalem? Jerusalem. Jerusalem ist die Hauptstadt. Das ist nicht die Hauptstadt. Meint ihr von Israel? Jerusalem, da wo Jesus war. Aber die Hauptstadt ist Tel Aviv. Ich hab Johannesburg. Ist das nicht die Hauptstadt? Das gibt's gar nicht. Da warst du. Ausgedachtes Borsch. Schwirbel, Fortsch. Man, ich google jetzt. Jerusalem. Ja. Hauptstadt. Ja. Ja. Jerusalem ist die Hauptstadt. Let's go. Ey, krasser Hauptstadt, ne? Mann, dich. Ich würde sagen, wir kriegen sogar 10 jetzt, Alter. Ich würde auch sagen, wir kriegen 10. Ja, ihr kriegt 10. Trennungsgrund. Juckreiz am Pimmel. Geil, ich hab... Ey, das... Was hab ich jetzt gemacht? Aber hat jeder schonmal... Kennt jeder, ne? Hatte jeder schonmal, oder? Nein, ich auch nicht. Juckreiz immer, wenn man mit der Person schläft. Wär auch scheiße. Wär scheiße. Ja, ich hab Jungfrau. Trennungsgrund. Ist das ein Trennungsgrund? Na gut, ihr wisst Bescheid. Finde ich sexy. Sie muss halt erfahren sein, ne? Bei Hugo Trennungsgrund, wenn sie Jungfrau ist, ist das scheiße. Sie muss halt wissen, wie man auf dem Schiff segelt, ne? Auf eigenen Schiffen lernt man ja auch das Segeln. Irgendwie so in denen ist ja keine Ahnung. Ist sie? Juden? Ja, okay. Ich hab den Joker. Der ist... Ne? Ja. Ach... Mann, du hast denselben Trennungsgrund, als finde ich sexy. Hugo, mach doch mal dasselbe! Wie willst du denn mal jemanden finden? Wie willst du denn mal jemanden finden? Wenn alles, was du sexy findest, für dich einen Trennungsgrund ist. Das ist doch verurteilt je, wie ich jetzt. Okay, hasst jeder? Jungs mit kleinen Wicks. Ganz großer Hass in der Gesellschaft? Boah. Ich hab Jucken. Wenn ich was juckt. Das nervt. Hä, aber jeder hasst auch Jungs, wenn sie einen kleinen Penis haben, ne? Deswegen hasst mich ja auch jeder. Ich hab Jungfrau. Ich würd sagen, Hugo kriegt keine Punkte. Eigentlich darfst du nicht dasselbe Wort verletzen. Ja, Junge. Schiedsrichter hat gesprochen. Oh, ja. Gut, dass das... Ja, dann wissen wir das für die nächste Runde. Hö? GV-Synonym? Ich hab Juhu-Sex. Juhu-Sex. Sag grad die. Ich hab Yippie-Yippie machen. Ja, 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 ja. Das ist das so scheiße gewesen. Da kriegen wir alle Punkte. Ich glaub, jetzt hast du gekauft. Egal. Ich würd sagen, alle, oder? Ja, okay. Also ich find, der war so gut von allen. Wir kriegen alle 20 Punkte statt 10. Oh, okay. Eigentlich mal ein paar Punkte gewinnen. Du sagst, stopp. A. Stopp. F. Das Ding ist jetzt bei F, da dachte ich mir so, warte mal, jetzt kann ich ja nie nehmen, die ich davor auch eigentlich schon hatte, ne? Du kriegst keine Hauptstädte. Das sind auch keine. F, was gibst du mit F, Alter? Warum Hauptstädte? Echt? Echt jetzt? Ja. Okay, sag deine Hauptstadt, jetzt will ich was hören. Schwer aus Frankreich. Geil. Fändische Hauptstadt. Ich schwöre, Hugo ist so ein Eierkopf, ne? Du mal, hässlich. Erzählt nichts. Was ist denn die F, Hauptstadt? Wenn du es jetzt weißt, kriegst du die Punkte. Trennungsgrund? Äh, Finger bleibt für immer im Po stecken. Ja, wär doof. Okay. Ich hab F, fremd. Boah, okay, strong. Ich hab mich mehr. Okay, find ich sexy. Füße. Füße. Hast du auch Füße? Ach scheiße, Digga. Ich hab Frauen. Das ist strong. Hast jeder? Stimmt, du hast ja schon nochmal einen gehabt. Ich hab einfach Copy-Paste gemacht. Ich habe Fremdgehen, weil mir ist aufgefallen, ich habe ja bei Trennungsgrund Fremd, ich meine es ist im Endeffekt dasselbe, aber ich habe es anders geschrieben, weil mir auch hier erst eingefallen ist, dass es nicht Fremd heißt, sondern Fremdgehen. Ich würde sagen kein Punkt. Warum? Spaß. Ich habe F***en. Du hast F***en? Ja, F***en halt. Also wenn eine Frau isst, du hast dich an sich Vaginas. Nee, F***e. Schlechtsverkehr synonym? Klassiker, ich habe deswegen F***e genommen. Wow, ich habe F***e F***e. Echt? Oh mein Gott, das ist doch dumm. Dann kriegen wir alle Punkte, ist doch schön. Es wird jetzt echt schwierig, Huro noch aufzuholen, muss ich dann leider sagen. Du sagst A, du sagst Stopp. Du musst A sagen. Achso, A. Aaaaah. Ich warte bis zum Ende. Stopp. Weh. Keine Ahnung. Hopscha bin ich eh raus. Hopscha sind so schwer, vor allem weh. Was gibt es denn da? A Show. Habe ich darauf hingeschrieben, oder? Keine Ahnung, Gott sei bestimmt. Ich habe Hauptstadt Warschau. Ich auch. Scheiße. Ich habe Wunderland, die Klammer von Mario. Was denn? Weiß nicht, Täter, Schiri sagt nein. Ich sag gar nichts. Du hast im Kopf geschüttelt. Er hat eindeutig nein gesagt. Er hat nein gesagt. Er schreit gerade nein. Shit on. Ja, schade, Hugo. Trennungsgrund? Weil er Eichekäse hat. Ja, okay. Ja, das ist eklig, ne? Das wäre unhygienisch. Man soll sich anscheinend den Penis waschen. Ich habe Wille. Macht Hugo das nicht? Immer Finger ins Ohr stecken. Das wäre halt auch nervig. Ja, okay. Wie vor, also alle fünf Minuten? Wäre abfuck, oder? Das wäre schon abfuck, ja. Ja. Aus dem Fenster. Also fixen, aber aus dem Fenster, ja. Dass die andere Person das immer macht? Ja, also ich würde ein bisschen so hinschicken. Das wäre nicht cool. Wäre ein bisschen selts. Die Antworten, die wir machen, sind halt alle so dumm. Ich würde es viel cooler finden, wenn man das so gemacht hätte, dass man legit Zeit hat, um sich was Kreatives zu überlegen und jeder auf was hinschreiben darf und kann. Wisst ihr, wie ich meine? Weil dann hat man witzige Antworten und dann kann man am Ende entscheiden, wer die witzigste Antwort hat und die Person, nur die Person kriegt Punkte. Oder man kann auch machen, dass die witzigste, zweitwitzigste und langweiligste Antwort 10, 5, 0 Punkte oder irgendwie so in der Art. Aber ich glaube, das wäre witziger. So war es einfach auf Krampf, auf schnell und dann wusste man nie genau, was man hinschreiben soll. Man will einfach nur schnell was haben für Punkte. Und es gab nicht mal eine Bestrafung für den letzten oder für den ersten. Eine Belohnung, gar nichts. Ja, muss man auch ein bisschen... Das kann man geil machen. Einfach sagen, nee, das ist kacke. Einfach sagen, kacke. Ja, warum denn? Stell dir vor, dein Freund würde... Ja, stell dir vor, du bist ein Mädchen oder so. Stell dir vor, du bist ein Mädchen oder so. Hast du ihn gerade, ohne seine Zustimmung, gegenn... Ich kann nicht mehr. Ich bin raus. Ich schwöre, das ist übel sexistisch von dir. Das ist so krass von Hugo. Wir schreiben einfach mal... Minus 50. Das ist scheiße von dir Hugo. Wegen Sexismus. Finde ich sexy? Was hast du da? Wurstfinger. Okay. Finde ich sexy? Guck mal, wenn der Finger aussieht wie eine Wurst, Wurst ähnelt oftmals ein Dick. Und du hättest gern einen Dick in deinem Arsch? Das habe ich nicht gesagt. Na gut, ich habe Waden. Ich weiß nicht. Aber Waden können eigentlich sexy sein. Ja, so trainierte Waden. Ach so, Waden. Okay. Dichsen auf Gesicht. Finde ich. Dichsen auf Gesicht. Also ich hättest du auch sexy, wenn dir jemand ins Gesicht trägst. Willst du minus 50? Nein, du hast schon minus 50. Aber wenn du jetzt nochmal mich anmaust, kriegst du nochmal minus 50. Was? Jeder. Wanderer. Ich hab Wanderen. Verrückt. Das heisst du. Dichsen werden müde. Dich, er hat immer nur mit Wissen, Mann. Das ist doch kacke. Der Cheat ist vorher. Der hat ein Wurt im Kopf und benutzt das 100 Mal immer. GV synonym. Ein wahnsinnig geiles Bum Bum. Ja. Ich habe Wahrscheinlichkeitserhöhung an der Schwangerschaft. Ja, doch. Gibt eigentlich noch Walrost tanzen. Das gibt keinen Punkt. Oder wenn mir jemand sagt, wollen wir zusammen Walrost tanzen gehen. Ich wäre ja massiv verliert. Dich, aber das geht, oder was? Wahrscheinlichkeitserhöhung an der Schwangerschaft. Das ergibt voll sowieso. Echt Sinn. Stell dir vor, jemand würde das zu dir sagen. Ich würde wissen, was er meint. Ich auch. Wollen wir die Wahrscheinlichkeitserhöhung an der Schwangerschaft? Ich antworte genau dasselbe, was ich da schon geantwortet habe. Man könnte meinen, dass das dieselbe Person ist, die da gerade sitzt und hier auch ist. Nein. Wow. Ich werde ihm fünf Punkte geben. Du kriegst drei Punkte. Ich hab schon minus 50 Punkte. Er hat's versucht. Du kriegst drei Punkte. Er hat's versucht. Drei Punkte kriegst du schon gut. Okay, letzte Kategorie, Leute. Du sagst A, ich sag Stopp. 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 Hauptstadt. Wir haben dazugelernt. Potsdam ist auf jeden Fall nicht, weil ich gerade eben so geistkrank verkackt habe, habe ich es diesmal richtig nach Pretoria geschrieben. Hauptstadt von Südafrika. Hugo? Ich hab nichts. Na gut. Bei Finnland hast du falsch verantwortet. Finnische Hauptstadt. Hast du Prag gesagt? Prag. Was ist das die Hauptstadt? Sag mir von wo und ich geb dir Punkt. Yo! Ich weiß auch nicht. Ganz nah in Deutschland. In Osten. Slowenien. Von was ist es? Schwedischen. Tschechien. Naja. König. Okay, cool. Trennungsgrund habe ich Popo zu groß. Was ist ein Grund? Ja, stell dir vor, der Popo ist so groß, du hast keine Ahnung, der Partner passt nicht mehr durch Türen, du hast kein Pass in Bett. Ach so groß, okay. So wie bei Sponshop, als Tadeus so viel Burger-Gast hat, dass da Popo richtig dick wurde. Meinst du das? Ja, genau. Ja, okay. Das bist du. Aber kennt auch jeder die Folge, oder? Stell dir vor, der ist so lang wie so ein Anaconda, irgendwie so zwei Meter irgendwas. Ja, wär stressig. Dann müsst ihr am Bauch immer wunderschön. Das wär kacke. Ja, wär unschillig, ja. Pipi-Mann im Auge. Ja, auch nicht. Finde ich sexy? Pipi-Mann. Okay. Ich hab Popos. Sag mal schwach. Das könnte ne krettische Runde sein. Papa, lass dich reden. Dann noch minus 50 am Ende wegen Sexismus. Das ist halt hart. Hast jeder? Penisvergrößerung. Hast du das wieder? Wenn es zu groß ist, wenn es zwei Meter ist. Zwei Meter wieder? Dann wär wieder scheiße. Ich hab Popo nicht sauber. Ich find's geil eigentlich. Hast du das, Hugo? Äh, Pipi-Mann blutet. Oh, das hast du wirklich. Das hast du wirklich. Ja, das hast du wirklich jeder. Wenn der Pipi-Mann blutet. Wenn man einen natürlich hat. Warum? Jetzt stellt euch mal vor, Jungs. Stell dir vor, einmal im Monat hätte dir das einfach für so fünf Tage. Wäre das nicht übel heftig? Oh, schon. Hast jeder. Ja. Okay, GV-Synonym ist einfach, oder? Ist ins Loch, aber schnell, schnell, weil sonst kommt Pum, 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 keine Ahnung. Okay. Ich hab Pimmel in Scheide. Ich hab Popo. Okay. Das ist wirklich ne FSK 8 zur Folge hier, ne? Ja. Jetzt rechnen wir zusammen. Okay. Ich nehm den Rechner, dann geht's schneller. Ich mach so. Ja, ich mach so. Alle machen mit Rechner, ich bin der Einzige, der mit Kopf macht. Und ich bin der Älteste im Raum. Okay. Denk an die minus 50 wegen Sexismus. Ja, warum machst du das immer? Was ist eure letzte Zahl? Bei mir ist es fünf. Fünf. Ich hab null. Dann die nächste. Fünf. Eins. Eins. Die erste. Zwei. 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 Hä, hast du 215? Ja. Hä, ich auch? Ich hab 215. Ja, ich hätt gewonnen. Ja, hättest du nicht so sexistisch. Hätt ich auch keinen Bug im Kopf gehabt, hätt ich auch nicht verloren. Das ist gewesen, ich check schon. Ja, dann... Hast du gewonnen? Ja, ich hab 250. Wie beide unentschieden. Ich hätt nicht gewonnen, ne? Dann werdet ihr beide geschlagen. Nein, ich will nicht geschlagen werden. Doch. Aber... Das war ja langweilig. Ich hab schon ein bisschen in die Frisse. Haha, so, ja, das könnt ihr gerne machen. Ja gut, dann würde ich sagen, hat es eine sehr erfolgreiche Runde. Haben wir uns gut geschlagen. Aber da kann man halt nichts machen. Da muss man halt leider auch fair bleiben mit dem Leben. Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr an das Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und schaut bei den meinen Jungs vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, Leute. Okay, Leute. Das war's mal wieder mit dem Video. Ich hoffe euch hat's gefallen. Aber ich muss das auch mal wieder machen. Stadt, Land, irgendwas, ne? Aber mit, äh... Mit Julian könnte es, glaub ich, witzig werden. Aber dann macht man halt wirklich so, dass man... Dass man... Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, okay? Dass man das wirklich so macht, dass man kreative Antworten braucht. Und dann mit dem witzigsten kriegt Punkte und so. Ich glaub, das ist witziger. Schreibt mal bitte dazu eure Meinung in die Kommentare. Würde mich gerne mal interessieren. Ich hab, wie gesagt, gerne bei Reefed oder bei Hugo vorbei. Die Links zu deren Kanäle der Videobeschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Mal, wohl lieben. Tschuuu!